Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mario Kart 8 Deluxe, zusammen mit Flo, Jordan und Apfel. Hallo. Moin, Flo. Heute spielen wir den Glocken Cup und die beste Map im Game, Big Blue. Ja, die aber nicht Gottes Lieblings-Map ist. Und die Cooper Großstadt-Fieber. Größte Scheiß-Map. Ziemlich gute Map. Diese Map jetzt habe ich in 200 schon getestet. Auf 200 habe ich gar keinen Bock. Es geht nicht. Es geht nicht. Ja, du musst einfach nur gut fahren, Apfel. Das kannst du vergessen mit deinem Gut-Fahren. Das Fahren wird nicht belohnt. Ja, das stimmt. Also fahr einfach scheißen, dann müsstest du sowieso erst mal. Was? What the fuck? Rosalina heißt doch Französisch Harmonie. 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 Ja, what the fuck. Französisch. Warum nicht? Ja, gut, gleiche Frage. Warum spiele ich auf Englisch? Oh mein Gott, man schlittert hier so blöd. Du schlitterst übrigens pro Runde mehr. Mh, kacke. Ich hätte vielleicht das Defense nehmen sollen. Oh nein. Okay. Boah, Ding, aber was ist los? Es wird jetzt wird ein bisschen geprägt. Ich habe mich gerade selber getroffen. Glücklich Gotti? Siehst du durchbägt? Nur das ist nur als Ausreder, aber ja. Der Monat ist hier überall Abbrämmung. Ja, das ist so zum Kotzen wirklich. Nein! Anscheinend kriege ich noch Krankheiten hier, Alter. Ein Bike zu nehmen war echt vielleicht nicht die beste Entscheidung. Ich finde mein Bike kommt hier gerade richtig gut klang. Welches Bike wärst du? Ich glaube, ein Standardroller. Oh, ich habe den Stern genutzt, ja. Also nicht der Standardbike, sondern den Roller. Ich schlitter die Leute, nur gegen die Bombe. Ich hätte als Yoshi, das Yoshi-Bike nehmen müssen. Nein! Alter, die ganze Zeit küss ich die Wand, Jungs. Entschuldigung, Jungs. Ich hätte auch nicht, dass ich ein Defense-Item habe als Offensweiten. Oh Mann, die Bloss. Oh mein Gott, Bro. So, Jungs, ich bin jetzt in eine Runde keinem Platz nach vorne gekommen. Das ist doch schön. Nein! Jetzt muss aber mal ein bisschen hier Luck kommen. Nein! Alter! Schön, wenn man einen Blitz abkriegt, wenn man gerade ein Item kriegt. Als Elfter. Ich hatte schön was zum Defendant, jetzt habe ich eine Münze bekommen. Ich muss nur noch Keter. Also will ich denn mit dem Goldpilz? Dann muss ich noch abbremsen, Alter. Natürlich. Lull, Lakitu. Gib mir doch eine Rakete! Nein, Lakitu, klaut mir einfach mein Doppelgeschenk. Ja, Lutsch. Jetzt bin ich runtergefallen. Jawohl! Die Hände, ich bin 10 da. Lütter. Hopfler, das kann ich unterbieten! Das kann ich unterbieten, na. Die Kamera, Keter. Nein! Alle, ich hab... Ich hab das selbe Bike genommen, mit der ich die ganze Zeit scheiße war, unser eigenes Volk. Das hat nicht funktioniert, mein Plan. Aber die Spielzeug-Scheiße, ich hab vergessen, wie die heißt auf Deutsch. Ribbon Road. Okay, das ist Ribbon Road auf Deutsch. Ja. Ich glaube, Partystraße oder so. Party? Ja, Partystraße, das kann sein. Ich glaube, Partystraße heißt. Weißt du nicht über sein Spielzeug? Nee, nee. Ich glaube nicht. Ich glaube wirklich nicht. Rude Ruban. Ribbon Road. Ab für welche Sprache suchst du dir aus? Ab für Arabisch? Espanol. Er sucht Arabisch. Arabisch. Bitte für das Statement Ukrainisch. Boah, egal. Ich würde einfach Piraten-Englisch nennen. Arr. Arr. Jar, jar. Mario Kart ist aber nicht so cool wie Minecraft. Sure. Scheiß Lucky, tu mal. Alter. Ab für warum spießt du eigentlich Roy? Warum nicht? Weil er gay ist. Lass ihn. Okay, sorry. Okay. Hast du den nicht selbst schon mal gespielt? Nein, aber ich habe nicht gesagt, dass er gay ist, deswegen. Was hast du gesagt? Was ist das denn? Ja, und ich respektier's wenigstens, dass er gay ist. Ich wollte doch nur fragen, warum er denn spielst. Nein. Was soll das jetzt hier? Genau in solchen Diskussionen werde ich letzter. Was ist das denn jetzt? Flo, du bist im Flug gegen meine Banane geflogen. Das ist aber schön. Was, wie schafft ihr das? Ich hatte drei Banane, nur mich und Flo fliegt voll dagegen. Mach ich denn hier? Alter, was tue ich, mein Gratis? Alter. Wieso kriegt Apfel auf das sechsten Stern? Weil ich cool bin. Hi, Flo. Weil er schwul ist. Hallo. Keine Beleidigung. Ja, ist das so. Ja, ist das so. Das ist 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 so. Ja, ich heißt. Und wenn ich jetzt hier so auch schwul abgestimmt bin. Hey, Flo, 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 weißt du was? Flo, du kennst auch, du hast auch sicher Margot-Katz 7 gespielt. Ja. Da gab's ja das 7er-Item. Ja. Weißt du, was der einzige Unterschied zum 8er-Item ist? Das noch 1er-Zugekommen ist, glaube ich. Ja. Weißt du, was dazugekommen ist? Nee. Die Münze. Münze? Ja. Ja. Das ist der einzige Unterschied zwischen der 7 und der 8er-Item. Ich hab grad übel Faschisten. Geil. Ich verscheiß. Ich verscheiß die ganze Zeit. Das finde ich einfach besser. Die üblen Faschisten sind wieder zurück. Ha. Nein. Warum? Alter, das kann doch nicht sein. Alter, das kann doch nicht sein. Alter, ich bin so scheiße gerade. Jetzt bin ich 9. Ich bin 6. Digga. Puh. Ich bin 6. Alter. 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 Nein, da war ich Bewohner noch. Gotti, warst du das? Was war ich? Das heißt Blitzer noch? Nein. Alter, ich hab die 8. Ich hab so dreckig. Boah, ich bin so kacke, Digga. Was soll ich sagen? Let's go. Also das wird jetzt ganz schlimm auf 200. Das wird ganz schlimm. Also das wird meine schlimmste Folge. Wie oft werden wir insgesamt alle zusammen die Bahn küssen? 999 Mal. Einfach nur ja. Einfach nur ja. Bis der Zähler wieder auf 0 springt. Ich bleib einfach stehen, die soll mich hinterher schieben. Ja, bitte bleib stehen, dann werd ich vielleicht mal nicht der Letzter. Den Apfel wird ein bisschen bangen, hab ich gehört. Apfel wird jetzt ein bisschen bangen. Ja, bangen halt, wenn mir nicht zuhelfen die letzten 2 Runden. Das war ne schlechte Taktik. Wir müssen doch wieder ne Folge machen, wo wir alle den gleichen Charakter spielen. Baby Daisy. Nee, Baby Daisy hatte ich schon. Alle Luggy oder so. Luggy? Wer ist Luggy? Luigi. Ne, ich bin für Ludwig. Luggy hat die beide schon. Ah, fuck. Ich hatte Baby Luigi und Luigi schon. Oh, ich hab die Wecker! Die Wecker? Ich hab die Bromge küsst. Einmal. Ja, können wir das jetzt bitte immer alles sagen, sobald es passiert? Mit dem Counter. Ich hab die Bahn geküsst oder was? Ja. Ja. Okay. Also das sehe ich dazu. Ne, nur bei der Bahn. Ich hab sie geküsst. Von der Deutschen Bahn. Zwei. Ich hab von der Deutschen Bahn geküsst. Drei. Alter! 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 Alter, Alter! Alter, mit der Schnauze halten, dann hört man nicht den Counter. Jetzt ist mir das immer gerade. Verlacht, wenn man eigentlich hört. Blende eh keiner ein. Doch. Was viel? 5 bist du dann immer. 5, okay. Das wäre zum Bitkampf. Wie hat die Roda mit Mike erstellt? Hey, es ist gar nicht so schlimm, wie er wartet. Doch, ich hasse es. Ich hasse es. Aber Gott, ich bin ja der, der... Apfel ist 6. Nein! Jetzt hätte ich gerade den Stirn... Das ist immer am schlimmsten. Leute, da liegt ein Stirn auf der... Der liegt ein Stirn auf der Bahn. Können die noch? Ah, Flo ist dran. Nein! Ich hab den Zug geküsst. 6, 7 oder was? 25. Hab ihn auch geküsst. 8. Alter, mein Abstand. Ja, total. Wer, 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 wer? Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott, 2! Nein! Ah, das wäre so schön gewesen. Ich bin so gut wie noch nie. Ich bin gerade noch 8er geworden. Ich bin vor Apfel! Und das habe ich zweimal 11er wurde. Es kommt aber noch eine. Ja, natürlich! Ja, weil du weißt, welche Map jetzt kommt. Gotti's Lieblings-Scheiße. Und ich würde es jetzt so führen, wenn Apfel vor Gotti wäre. Das kann gut sein! Und jetzt nimmt Apfel so eine andere Map. Nee. Ich gehe jetzt auch zufällig, Leute. Let's go! Das kann gut sein, das Apfel vor mir ist. Weil ich heute wie Scheiße spiele. Safe nicht, oder? Flörende. Flörende. Die Kopfschmerzen sind zurück. Ich habe meine Yoshi-Farbe gewechselt. Hab's was? Ich habe meine Yoshi-Farbe gewechselt. Zu? Schwarz. Warum gibt's kein Rainbow Yoshi? Wenn sie das reinmachen, dann installiere ich das Spiel. Das wäre zu wild. Das wäre zu wild. Aber nur Yoshi! Nur Yoshi, ja! Ich hätte schon Bauer schon Regenbogen-Yoshi. Oh, nur Yoshi! Nur Hiroshima! Ist Yoshi eigentlich asexuell? Ist Yoshi eigentlich asexuell? Hatte jemand Infos? Das ist Parnsexual. Parnsexual. Ja, das ist die einzige, bei der ich wusste, dass ich die noch nicht hatte. Gotti, wolltest du dir aber noch nicht meinen Arsch packen? Das hatte ich gerade übel links. Ja, ich habe die noch nicht so weit in der Hand. Ich habe dich schon in Erwägung gezogen. Eine Banane hattest du nicht so in deiner Hand. Ah, da stehe ich die Map vor mir nicht, weil ich so runterkomme. Junge, dass ich überhaupt noch auf der Map bin. Ich bin da viel zu schnell beim Wasser hier. Nein, Alter! Wie dumm kann man sein? Nein! Wicken! Bist du aber... Bist du ne Bombe, Rudi? Nein! Ich bin ne, ich bin vielleicht ne Bombe. Im Bett? Nicht. Oh fuck. Ich habe zu viel genommen. Ich wollte zu viel. Ich wollte zu viel urteilen. Zu viel, zu viel... Herr Jordan ist ja schwul. Nein. Doch. Hast du nicht ne Beziehung mit Apfel? Ach ja, da war ja was. Schau Apfel, wie das leugnet! Und vorhin macht er sich noch über dich lustig. Ja. Sorry, dass niemand das respektiert. Du hast dich doch über ihn lustig gemacht! Nicht ich! Ich... Ich hab mich nicht lustig gemacht, ich hab's respektiert. Nein! Chaos! Ich hab's halt nur vergessen, weil ich tausende Affären hab. Aber... Oh Apfel! Lässt du dir das gefallen? Ja. Ich bin eine davon. Junge, ich hab 2.000, bevor das... too... Ooo... Easy. Ja, Apfel! Ja, Apfel, ja! Nein, du heutigeínzdevung! Als Off... Das kann doch nicht sein! Als Off... Ja, ja! Schon wieder? Oh mein Gott, sag ich tief... Das kann doch nicht sein, Apfel, Alter! Als Off, da hast du einfach mit zwei Pfle hier durch... Ich hab Apfel Last Sack mit Geist geholt. Du Stück Scheiße! EINS, Bob! Lass... Was? Gott, hier wurde wirklich von Apfel entzettet. Ja! Ja! Dann warst du mal wieder mit einer Folge Mario Kart 8 Deluxe. Schau auch bei Jordan, Flo und Apfel vorbei. Aber nicht bei Apfel. Äh... Und Tschüss. Tschau!